Es geht auch um die Entwicklung von jungen Menschen und in einer Zeit, in einer Stadt, die sich verändert und wie sie sich auch verändern und es geht natürlich auch um Liebe und es geht um Sehnsüchte, also es geht so um alle menschlichen Dinge, mit denen man immer so im Leben konfrontiert ist.